So... Zwei deutsche Stücke hintereinander heißen Komm, drittes und für heute unser letztes Jule, auf! Du bist doch betrunken! Alkohol! 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 Ich habe nur Lindenbergs in den 70ern gedacht. Gala-Song, Gala-Text. Die Deutschland verstehe ich kaum, ne? Also mache ich den auf Deutsch. Weil in der Bibelstanzon am Anfang war das Wort. Man wird natürlich nicht alles verstehen. Da hängt man immer sacht, simple thing for the devil. Und wir sagen, zum Beispiel für den Teufel. Ich bin ja einer. Sie lässt sich nicht vorstellen. Ich bin ein Mann von Werner und Stil. Ich gehe hoch seit meiner Ewigkeit. Und auch sehr. Und keine, kein Gefühl. Ich war ganz Jesus vor zwei Jahren. Und er rief in seiner Qual. Als Pilate zieht die Hände rutscht, dann fände ich sein Schicksal. Komm! Ich bin ja einer. Auf sehr! Ich bin ja einer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020